Musik Der Freitag beginnt in der Region mit einer geschlossenen Wolkendecke und Temperaturen von 4 Grad. Die Werte steigen gegen Mittag auf bis zu 9 Grad an. Außerdem kann es bis in den Nachmittag hinein immer wieder zu leichten Regenschauern kommen. Abends ist es bewölkt und trocken, auch in der Nacht ist es überwiegend bewölkt und es kühlt auf bis zu 3 Grad ab. Der Samstag wird wechselhaft bei Werten zwischen 4 und 10 Grad, kann es morgens vereinzelt zu Regenschauern kommen. Im weiteren Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Der Ostersonntag kommt sonnig daher, gelegentlich sind bei Höchstwerten von 12 Grad aber auch Wolken am Himmel zu sehen. Am Ostermontag wird es milder, bei Höchsttemperaturen von bis zu 17 Grad zeigt sich bis nachmittags fast durchgehend die Sonne. Gegen Abend ist es dann leicht bewölkt. Musik Musik